Es hört nicht auf. Der CDU-liebstes Kind, besonders unter Friedrich Merz, erlebt regelmäßig eine Wiedergeburt. Die Leitkultur. Natürlich die deutsche Leitkultur. Denn wie heißt es so schön, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Und so gab es erst vor kurzem wieder eine Debatte über eben diese deutsche Leitkultur in den heiligen Hallen der CDU. Das Motto dieses Mal, Integration gemeinsam gestalten, Zusammenhalt stärken. Als wenn die CDU je daran gearbeitet hätte, den Zusammenhalt der hier lebenden Bevölkerung zu stärken. Aber nun denn. Diesmal begann es recht erfreulich. Denn es wurde gleich zu Beginn festgestellt, es geht nicht um Brezeln, Leberwurst und Bier. Es geht auch nicht um deutsche Lieder oder deutsches Kulturgut. So heißt es zumindest auf der Homepage der CDU. Wobei ich mir nicht sicher bin, dem guten Friedrich Merz haben sich sicherlich die Nackenhaare aufgestellt bei diesen Sätzen. Wir erinnern uns, es ist nicht lange her, da machte Merz den Weihnachtsbaum als Säule der deutschen Leitkultur aus. Und schon damals drängte sich der Verdacht auf, dass die deutsche Leitkultur nichts weiter ist als ein politischer Kampfbegriff, der sich gegen alles Fremde aus dem Morgenland richtet. Ich bin mir zumindest sicher, dass Japaner, die weder Weihnachtenfeier noch Leberwurst essen, kein Leitkulturproblem haben. Aber was ist denn nun konkret die deutsche Leitkultur, zu der sich jetzt jeder bekennen soll, zumindest laut der CDU? Nun, viel Konkretes kann man dazu nicht erfahren. Bis auf eine Sache vielleicht, ebenfalls aus dem Munde von Friedrich Merz. Es gehe um die alltägliche Toleranz und ein kulturelles Minimum, etwa im Umgang mit Frauen oder Homosexualität. Als hätte ich es geahnt. Nein, es ist diesmal nicht der Weihnachtsbaum. Diesmal spielt er auf die allseits bekannten Klischees an, die ja vermeintlich die guten Deutschen von dem bösen Moslems trennen. Wenn das untrennbar mit der deutschen Leitkultur verbunden ist, dann sage ich ganz ehrlich, da müsste man einen Großteil der Generation meiner Eltern ausbürgen. Ich bin aufgewachsen in einem Elternhaus, in dem es eine Selbstverständlichkeit war, dass die Frau sich zumindest eher um den Haushalt kümmert. Sowohl bei meinen Eltern war das so, als auch im gesamten Freundeskreis. Und wenn ich eines Tages nach Hause gekommen wäre, um meinen Eltern zu sagen, dass ich meinen besten Freund heiraten möchte, da hätten die mir sicher nicht spontan zur Hochzeit gratuliert. Das kann man ja bewerten, wie man möchte, aber das war gelebte Realität in einer Generation, von denen viele heute noch leben. Nein, meine Eltern hätten mir sicher keine Gewalt angetan. Und mein Vater hätte auch meine Mutter nicht an den Herd gefesselt. Aber es gab bestimmte moralische Vorstellungen, die von einem nicht unerheblichen Teil der Menschen hier in diesem Land getragen wurden. Bis in die 90er Jahre hat selbst die CDU noch ein traditionelles Familienbild gepredigt oder zumindest in Ehren gehalten. Merkel hatte einen richtigen Kampf in der Partei, um der Basis diesen Zahn zu ziehen. Heute hätte sie diesen Kampf sicher nicht mehr. Die Zeiten haben sich geändert, okay. Aber jetzt hinzugehen, um so zu tun, als würde diese gesamte Generation, die mehrheitlich konservative Werte vertritt, quasi nicht mehr zu Deutschland gehören. Das ist schon ein starkes Stück. Nicht zuletzt auch deswegen, weil die heutige Generation vieles von ihrem Wohlstand eben dieser Generation zu verdanken hat. Und nicht, dass man mich jetzt falsch versteht. Konservative Überzeugungen setzt man nicht mit Gewalt gegenüber anderen durch. Weder Frauen, noch Kindern, noch sonst jemanden. Aber konservative Überzeugungen darf man haben. Man darf sie leben, sie auch gegenüber anderen vertreten und auch leidenschaftlich dafür plädieren. Interessant ist, dass die CDU auf ihrer Homepage zum Thema Leitkultur Folgendes zitiert. Freiheit ist immer die Freiheit des Anderen, schrieb die Kommunistin Rosa Luxemburg vor 100 Jahren. Wir müssen aushalten, dass Menschen unterschiedlicher Meinung sind. Ja, ganz genau. Wir müssen aushalten, dass Menschen unterschiedlicher Meinung sind. Wer setzt sich für dich ein, wenn du diskriminiert wirst? Wir tun das. Und wir können das, weil wir Mitglieder haben. Und deswegen werde auch du Mitglied, damit wir dir helfen können. Link ist in der Videobeschreibung. Draufklicken, es dauert keine zwei Minuten und Kinder kostenfrei mit anmelden.